Er sieht aus, als käme er aus einem Science-Fiction-Film. Dieser Roboterhund soll ukrainische Soldaten im Krieg gegen Russland an der Front unterstützen. Nach fast zweieinhalb Jahren Krieg hat die ukrainische Armee Schwierigkeiten, neue Soldaten zu rekrutieren. Die futuristischen Vierbeiner könnten wichtige Aufgaben an der Front übernehmen. Ein Hund, der ein paar Tausend kostet, kann eine Aufgabe übernehmen, für die man sonst eine Menge technischer Kommunikationssysteme und mindestens drei bis fünf Soldaten einsetzen müsste. Das Modell mit dem Namen Bad One könnte zum Aufspüren von Minen und zum Auskundschaften russischer Stellungen eingesetzt werden oder bis zu sieben Kilo Munition oder Medikamente an die Front bringen. Die Roboterhunde sind auch eine Reaktion auf eine neue Art der Kriegsführung. Vor allem in diesem Krieg, in dem viele Drohnen im Einsatz sind, ist es gefährlich, Menschen einzusetzen. Der Grund, warum wir Soldaten am System ausbilden und es in der Ukraine einsetzen, ist, die Sicherheit der Soldaten im Einsatz zu erhöhen. Der Roboterhund ist für den Gegner nur schwer aufzuspüren. Sollte das System dennoch in feindliche Hände fallen, können mit einem Notschalter alle Daten gelöscht werden. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020